Musik Willkommen zurück zur neuesten Folge von Baphomets Fluch 3 Der schlafende Drache Und nachdem wir uns mit Nico wieder versöhnt haben Am Ende der letzten Folge Geht es nun hier Incognito Er hat Cock gesagt Zu Bruno Oswald Um ihn zu retten Bin mal gespannt ob unsere Tarnung auffliegen wird Und wie sie auffliegen wird Was dann bei Asda passieren wird Bin mal sehr gespannt Wir sind natürlich jetzt in die falsche Richtung gelaufen Ich wünsche natürlich wie immer viel Spaß Mit der neuesten Folge Und warum Nico noch was zu sagen hat Nico sah genau wie Petra aus Hey Nico Ja Ah wir können gar nichts mit dir reden Na gut Der Worte sind genug gewechselt Na dann auf geht's Madame Petra Man hat mich gar nicht informiert Dass sie zurück sind Ich bin aber hier wie sie sehen Und ich hab's eilig Ich sollte am Haupteingang nachfragen Sie halten mich unnötig auf Und wenn ihnen ihre Gliedmaßen lieb sind Schlage ich vor dass sie die Tür öffnen Selbstverständlich Madame Verzeihung Na ist auch besser so Ich sollte am Haupteingang nachfragen Kann er eigentlich Da würde man dasselbe sagen Okay Da seufzt jemand Ist ja schon misshandelt worden Der gute Bruno Es war eine Metalltür Daneben war ein Tastenfeld Ich kannte den Türcode nicht Und wollte es nicht riskieren Alarm auszulösen Okay Was man auch noch nicht gemacht hat Mit George Oder schon lange nicht mehr Ist hier den Notizblock zu lesen So Scholmund Daly Wo war das hier Nächste Seite Dum 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 Oswald behauptet Die Templer noch vor Sand Noch vor Sand Nignan Verlassen zu haben War jedenfalls nicht da Als alles in die Luft flog Scholmund Daly Wird Jumli Ausgesprochen Stimmt So hieß das So hieß der Briten sind seltsam Scholmund Daly Maschine Hat nur funktioniert Weil sie auf Irgendeinem Seltsamen Energieknoten stand Alle 12.000 Jahre erreicht die Erdkraft einen Höhepunkt Der nächste steht bevor Die Energie fließt über Kraftlinien Die Chinesen nennen sie Drachenlinien Susaru hat vielleicht den Ort entdeckt Von dem aus sich die Kraft verstärken lässt Susaru benutzt die Drachenenergie für seine eigenen bösen Zwecke Das Herumexperimentieren mit der Drachenenergie Hat Susaru krank gemacht Er braucht den Energiestoß um sich zu heilen Nach dem Tod des Großmeisters hat Susaru die Neotemplar übernommen Glastonbury ist ein Energieknoten wie die Ruinen im Kongo Susaru ist in Paris Es ist Zeit in die Offensive zu gehen Brunos Oder Brunos Seltsames Gerät scheint den genauen Standpunkt der Kraftquelle bestimmt zu haben Susaru hat Nico gefangen genommen Muss helfen Die Blondine Petra Hat Nicos Kontakt getötet Er besaß Informationen über die seltsamen aktuellen Wetterverhältnisse Nico befreit Muss aber noch Susaros Muss aber noch Susaros Pläne im Theater finden Zusammenhang zu den Störungen von unten Der Schlägertyp der Nico bewachte hieß Flab Hat früher für den Großmeister gearbeitet Fand Toten mit Loch in der Brust Keine Ahnung was das verursacht hat Fand seltsames kristallenes Objekt im Safe Fand seltsames Symbol in der Nähe von Susaros Tunnel Sieht aus wie ein Blitz Bruno hatte Recht Eine riesige Höhle, die vor Energie knistert Muss der Punkt sein, von dem er sprach Habe Stein aus Energiesäule gezogen, Omega-Zeichen in Oberfläche eingelassen Habe Steinzylinder vom Dieb bekommen Dieb hat das kristallene Objekt gescholen Susaro verwendet Geheimnisse aus dem entschlüsselten Woinich-Manuskript Etwas genannt Salomos Schlüssel ist von entscheidender Bedeutung Kraftliniendiagramm zeigt möglicherweise genauen Standort von Amylarsphäre Kristallartefakt aus Safe ist Salomos Schlüssel Schlüssel wird benötigt, um Drachenenergie Stoß zu erzeugen Omega-Zeichen an Wand passt zum Stein, den wir aus Paris mitgenommen haben Durchlöcher der Tote hatte Tuch bei sich, etwas ist darin eingewickelt Besticktes Wappen auf Tuch zeigt Blitzsymbol und zerbrochenes Schwert Metallschabe darin eingewickelt Uralte Maschine erzeugt gewaltigen Energiestrahl Drachenenergie? Weiteres Blitzsymbol entdeckt, genau wie das in Paris Energiesäule im Kongo enthielt Stein mit Alpha-Zeichen Bruno von Susaros Mennen nach Prag verschleppt Nico verlor Stola im Theater Na ja, verlor Aber fand ein Foto von Schloss in Prag Nico fand Bild vom Prager Schloss im Theater Im Theater, Susaros Hauptquartier Am Schloss nahe Prag angekommen Wachposten und Hunde überall Nico sagt, Petra soll jeden Moment eintreffen Wachen haben Nico erzählt, dass Bruno unten im Keller ist Muss in der Nähe sein Habe Wächteruniform gefunden Große Sicherheitstür im Keller Was ich mich frage, warum können wir dieses Zeug lesen Hat das irgendeine Relevanz Oder ist das nur so hier So Tooltipp mäßig Guck mal Das ist die letzte aktuelle Sache Guck mal danach Da muss es weiter gehen Oder hat das noch irgendwie Story-mäßig Irgendwie was drauf Wie die Tagebücher in Life is Strange Ich glaube nicht Guck mal, das Türchen ist sogar offen Und Kistenrätsel-Time Oh ja Auf jeden Fall Kistenrätsel-Time Alright Sollte ja nicht das Problem sein So Ja, das ist Pipifax Hat diese Kistenrätsel Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll Das hätte man so schön Ähm Mit direkter Steuerung auch Ähm Machen können Also ihr wisst schon, was ich meine Ähm Weiterhin von der Rätselstruktur her Ähm Weiter so wie die bisherigen Waffen mit Flugteilen Die wir gespielt haben Warum sie da zu viele Kistenrätsel drin haben Boah Ich meine, dieses Rennen Weglaufen In manchmal in brenzligen Situationen In brenzligen Situationen Das kann man schon mal machen Das lockert ja auch ein bisschen auf Dieses Dieses Reden und Rätseln Aber diese Kistenrätsel Das hätten sie sich auch Auch sparen können, glaube ich Aber nun gut So schlimm ist es jetzt nicht Ein bisschen stört das In meinen Augen Zwar den Spielplus Aber es gibt deutlich Schlimmeres Was ich erlebt habe Und da sage ich nur mal Ghostbusters The Videogame Wobei das wieder Atmosphärisch richtig cool war War der Rest vom Spiel leider nicht so cool Sehr unausgegorener Schwierigkeitsgrad Und KI der 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 Äh Der Wie sagt man denn Der freundlichen KI Niko sei leise und sieh dir das an Das ist Bruno Ich glaube er ist ganz allein da drin Können wir das riskieren? Wir haben keine Wahl Hey Bruno Bruno Ich bin's Niko Und George Oh hallo Nett dass sie vorbeikommen Geht's ihm gut? Ja natürlich Ich habe Hunger Durst Und ständig Schmerz Man hat mir genügend Elektroschocks verabreicht Um meine Kleinstadt zu heizen Aber wo sie jetzt hier sind Ist mir das alles egal Sie sind sehr tapfer Ich bin in Osteuropa aufgewachsen Wir wurden schon im Kindergarten gefoltert Haben sie denen irgendetwas gesagt? Alles Bis auf das was Susaro wissen will Und das wäre? Wer den Schlüssel Salomos hat Aber wir wissen gar nicht wer ihn hat Eben Na jetzt spielt das keine Rolle mehr Wir sind hier um Psst Ich glaube er weiß es Das war die Torwache Petra ist endlich angekommen Das freut mich sehr für sie Danke Ich finde foltern ohne Zuschauer Ist eine öde Angelegenheit Oh ich weiß Und sie hat so viel Fantasie Sie gleicht einer sprudelnden Quelle neuer Idee Das weiß ich zu schätzen Oh ja Bruno Sie werden es zu schätzen wissen Und sehen sie es von der positiven Seite Wenn sie uns verraten Wer den Schlüssel hat Werden sie nicht umgebracht Wir brauchen sie zu dringend Meine Liebe Hat er schon geredet? Nein Aber du wirst ihn bestückt dazu bringen Ich kann es kaum erwarten Nun zu Stoppard und dem Mädchen Ich hoffe du hast erfreuliche Neuigkeiten Ich habe sie gefunden Aber sie sind wieder entkommen Tut mir leid Die beiden haben einfach zu viel Glück Es kommt noch schlimmer Meister Lasst ihn herein Alles klar Boss? Nicht dieser Idiot Verzeihen Sie Sir Er hat etwas Wichtiges zu sagen Flap Erzählen Sie Senior Susaro Was Sie mir in Paris gesagt haben Wie? Das mit dem Nachtlokal? Und den Mädchen? Äh Nein, nein, nein Das mit dem einbruchssicheren Tresor Ach das Tja Das war er eigentlich gar nicht Was war er nicht? Einbruchsicher Erzähl schon, Flap Stobberts Biene war nochmal im Theater Und hat Akten mitgenommen Welche Akten? Ein Bild Von einem Schloss in Prag Dieses Schloss hier Bingo Der Kandidat hat 100 Punkte Flap Verzeihung Sir Was ist das? Gefällt er Ihnen? Das ist mein neuer Schal Stobberts Biene hat ihn in Paris verloren Was ist denn? Du kannst gehen, Flap Raus Danke, Sir Tja, Bruno Heute ist Ihr Glückstag Da ich nun weiß, wer den Schlüssel hat Müssen wir sie nicht mehr Petras liebevoller Fürsorge anvertrauen Sie wissen es? Woher? Das Emblem auf dem Schal Es ist das Wappen des Ordens vom Heiligen Stefan Ich dachte, die seien vor Jahrhunderten verschwunden Offenbar nicht Und ich weiß genau, wo ich sie suchen muss Flap, dieser Narr Trug die Antwort die ganze Zeit um seinen fecken Hals Collard arbeitet wahrscheinlich für Sie Wir müssen unsere Pläne ändern Ich fahre nach Paris, um den Schlüssel zu holen Du bringst Ostwald zur Armillardsphäre Gib Befehl, den Aufbruch vorzubereiten Also ist die Zeit gekommen Ja, meine Liebe Endlich All right Durch das Gitter sah man in eine Art Büro Leider war das Gitter im Weg Sonst hätte man so vielleicht hineinkommen können Das Gitter war an der Wand festgeschraubt Mit bloßen Händen konnte ich es nicht losreißen Aber wir haben doch, wenn wir eine Schraube Wir haben doch nicht umsonst mal mit einer Münze was aufgeschraubt Das geht doch hier bestimmt auch, oder? Die Münze hatte genau die richtige Größe, um die Schrauben zu lösen Ein uns wohlbekanntes Rätsel, Leute Ich glaube, beim ersten Mal mussten wir die Münze da noch platt walzen Ich kam nicht durch die enge Öffnung Ähm, George? Früher wäre das kein Problem für dich gewesen Vermutlich hat sich mein Muskelumfang vergrößert Vor allem bei den Fettmuskeln Äh, schon gut Was ich über dich und die Perücke gesagt habe, tut mir leid Entschuldigung angenommen Puh Dadurch wirst du leider nicht schlanker Man, nur weil sie dich besser moduliert haben, dann kann ich ja nichts dafür Oder George Einmal rum Äh, Nico? Ja? Ich bitte dich nicht gern darum, aber Würde ich durch das Gitter kriechen und die Tür von innen öffnen Erstaunlich, du hast meine Gedanken gelesen Du bist leicht zu durchschauen, George Trotz, dass wir so fett sind, ne? Du bist mir etwas schuldig Schon gut, ich führe keine Bücher darüber Na dann Können wir doch nochmal reden Hey, Nico Ja? Ah Was meinst du, wo führt dieser Geheimgang hin? Ich habe keine Ahnung Vielleicht nutzt du Saruin, wenn er schnell von hier verschwinden muss Er ist jedenfalls unser einziger Fluchtweg Es wäre Wahnsinn, durch das Schloss zurückzugehen Das stimmt Das soll man auch nicht tun Nico sah genau wie Petra aus Oh, mehr hat leider nichts zu sagen Es war die Tür zu Susarros Kellerbüro Dann mal hinein Nico, sieh mal Es ist eine Art Karte Sie zeigt die Kraftlinien Siehst du das in der Mitte? Das sieht aus wie das Diagramm auf Vernons DVD Anscheinend ist das Zentrum irgendwo in Ägypten Glaubst du, sie haben Bruno dort hingebracht? Ja, ich denke schon Die Amylarsphäre ist irgendwo in Ägypten Dann dürfte sie ja nicht allzu schwer zu finden sein Klar, ich meine, wie groß kann ein Land schon sein? Ach, wie groß, ey Es war eine elektronische Weltkarte Die Kraftlinien waren in Rot dargestellt Sie liefen alle an einem Knotenpunkt in Ägypten zusammen Das ist auf jeden Fall cool Das heißt, wir werden auf jeden Fall nach Ägypten gehen Und Weltreise in Baphometsfluch war schon immer geil Es war die Karte eines kleinen europäischen Landes Ich hatte keine Ahnung welches Vielleicht war es die Heimat Susaros Hm, vielleicht Offenbar pflegte Susaro seine Rüstungen sorgfältig Auch Bösewichte haben Hobbys Mir hätte die Rüstung niemals gepasst Und selbst wenn, was hätte mir das genützt? Ja, aber ich dachte, das wäre vielleicht ein Hebel oder so Es war eine sehr alte Karte Ich glaube, sie zeigte irgendein Gebiet in England Okay, England Ein großer Schild und Waffen hingen an der Wand Auf dem Schild war ein Wappen abgebildet, das ich nicht erkannte Hm, das Wappen des Drachenkults nehme ich mal an, ne? Ah, hier kommen wir nicht mehr weiter Kurz mach die, warte mal War das was zu machen? Ich dachte daran, das alles mitzunehmen Besann mich aber eines Besseren Ah, komm, das ist bestimmt was wert Ah, ein geheimes Buch zum dran rütteln Susaros Schreibtisch stammte wohl aus einem Möbelversand für Größenwahnsinnige Aha, sieh dir das an Was ist das? Ein versteckter Knopf unter der Schreibtischplatte Vielleicht öffnet man damit die Tür Vielleicht Aber erst mal die Schublade anschauen Es war ein großer, runder, roter Knopf Es fehlte nur noch die Aufschrift Drück mich Solche Knöpfe lösen normalerweise irgendwelche Todesfallen aus Hm, oder die Klappe in Mr. Browns Büro, ne? Bücher über Ägypten und die ägyptische Kultur Es würde Monate dauern, das alles zu durchforsten und zu entziffern Hm, vielleicht auch nicht Falls die Welt explodiert, wenn ich hier drauf drücke Es tut mir leid, was ich für gemeine Dinge über dich gesagt habe Schon gut, George, nun mach schon Ja klar, Entschuldigung Gut gemacht So, jetzt müssen wir Bruno retten Ach übrigens, was für gemeine Dinge denn Ach, du weißt schon, das Übliche Das Übliche? Sprich weiter Ich trau mich nicht Nico sah genau wie Petra aus Hey Nico! Ja? Ah, schade Kein weiterer Dialog möglich mehr Dann mal nach draußen Jetzt kommen wir bestimmt in dem Hof nach draußen Die sehen uns doch jetzt, oder nicht? André? Was machst du denn hier? Ach, wieder in Paris Ich dachte, ich leiste Beatrice Gesellschaft André ist mit mir ins Kino gegangen Was habt ihr euch angesehen, Nosferatu? George André, wir brauchen deine Hilfe Natürlich Was wollen sie denn von ihm? Das Symbol auf der Stola Ja? Susaro hat es sofort erkannt Es ist das Wappen des Templerordens von Saint-Stéphane Mein Gott Was? Ich dachte immer, das sei... Nur eine Geschichte André, sag uns, was du weißt Erzähl es uns, Liebling Angeblich haben sich die Templer des Ordens Saint-Stéphane in Geheimkammern vor der Inquisition gerettet Haben sie das nicht vorher mit PH geschrieben? Niemand wusste wo Aber früher war ihr Hauptquartier in der Nähe der Altenkirche von Montfaucon Vielleicht finde ich am alten Versammlungsort der Templer einen Hinweis Was meinen sie damit? Früher trafen sich die Templer dort heimlich in den Katakomben Natürlich Es geht noch weiter Erzähl Es geht um die Gründung des Ordens Wir haben keine Zeit für Märchen, André Hör mal, Nico Wenn ich etwas begriffen habe dann ist es, dass man nie zu viel Information haben kann Sprich weiter, André Danke, George Als die Templer noch im Besitz des Tempelbergs in Jerusalem waren entdeckten sie eine heilige Reliquie Ein junger Ritter namens Stefan wurde beauftragt sie heimlich nach Frankreich zu bringen Er reiste durch Galiläa nach Norden An der Küste schiffte er sich ein und stach in Richtung des Flusses Po in See Er reiste das Po-Delta hinauf und vermied dann die Gefahren, die im Westen offen lauerten indem er nach Norden in den Rheingau ging Die Truppen eines räuberischen Prinzen verfolgten Stefan bis nach Frankreich In den Bergen von Reims wurde er schließlich zum Kampf gezwungen Zwar konnte er seine Feinde bezwingen, wurde dabei aber tödlich verwundet Tapfer erreichte er trotzdem sein Ziel Das Präzeptorium von Berentoire Dort übergab er die Reliquie dem Meister des Kapitels und verstarb Zu Ehren des tapferen Ritters nannte sich der Orden von nun an Orden vom heiligen Stefan und verlegte seinen Hauptsitz nach Paris Das klingt wie ein Märchen Du liebe Güte Ich gehe nach Mofosson und sehe mich dort nach Spuren um Nico? Du musst allein gehen, George André und ich werden versuchen herauszufinden, wo genau dieser Ort in Ägypten ist Gut, tja, dann bis später Dann mal los, George Okay, dann mal los Mofosson, da waren wir auch schon mal Oh, wie geil Ich war nach all den Jahren wieder auf dem Plas Mofosson Unter dem Pflaster lag eine verborgene Welt uralter Kanäle und Katakomben Teils von den Tempelrittern als Treffpunkt und Zuflucht gebaut Ist es dasselbe Bauarbeiter? Wieder einmal musste ich auf der Suche nach der Wahrheit dorthin absteigen Oh, sag bloß, es ist dasselbe Bauarbeiter vom ersten Teil Das wäre ja mega Und das Café hat geschlossen, leider An der verrammelten Tür hing ein Zettel Aufgrund seismischer Störungen und um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten Bleiben wir in nächster Zeit geschlossen Ich mache nur vorübergehend, gut Ich wollte weder den Zettel, noch wollte ich ins Café einbrechen Alles klar, George Ich gehe jetzt auch nichts mehr Witzig ist, wir sind doch mit der Uniform Wir haben uns doch umgezogen Und haben doch unsere Klamotten in dem Schrank liegen lassen Haben wir dann wieder unsere Klamotten angezogen Und die Uniform gewechselt Hm, good question Und wie sind wir da von dem Schloss dann weggekommen? Weil unser Auto, der Trabant, oh ja kaputt Beziehungsweise vielleicht war er abgekühlt und ging dann wieder Hm, we don't know Voll geil, man Mofosson Nein, ich wollte nicht hier weg, bevor ich irgendetwas gefunden hatte Sau geil Ich bin mal gespannt, ob das derselbe Bauarbeiter ist Eigentlich müsste ich den noch von der Stimme erkennen Den habe ich noch im Kopf Das ist so ein leicht Also eine sehr kratzige Stimme So auf die Art Ich kann schlecht nachmachen, aber ich habe halt nicht so eine tiefe Stimme Der Kerl schlief wie ein Baby Hey, sie Ich hatte Leichen gesehen, die lebhafter wirkten als dieser Typ Pass mal auf, jetzt gucken wir uns den Gullideckel nochmal an Der alte Freund der Gullideckel Ah, der Gulli von Montfosson Erinnerung an glückliche Tage Oh ja, Mann Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen Ja, aber das ist doch das Problem Ich weiß, wer ein Gulliöffner hat, Mann In dem offenen Werkzeugkasten sah ich einen Gullideckelschlüssel In dem offenen Werkzeugkasten sah ich einen Gullideckelschlüssel Hey, Monsieur, lassen Sie das Werkzeug in Ruhe Was, ich? Ich habe es nur bewundert Das können Sie auch von weiter weg Na, ist eine andere Stimme, Leute Das ist nicht derselbe Typ Es war der Kompressor zum Antrieb des Presslufthammers Oh, die sind gar nicht interessiert an so einem Gullideckel Hey, Alphonse, was machst du denn da, du Idiot? Als der Arbeiter gerade wegschaute Liege ich mir seinen Gullideckelschlüssel aus Komisch, immer wenn ich die Welt rette, werde ich zum Kleptomanen Hör zu, Alphonse Ich will mich nicht mit dir streiten Sorg dafür, dass das nicht nochmal passiert, ja? Das ist bestimmt derselbe, aber Die wollen es uns halt nicht zeigen Er sieht ein bisschen anders aus als der, den wir kennen Aus dem ersten Teil, definitiv Können wir mit dir reden hier? Ne, können wir nicht Das war es schon, Leute Hey, Sie! Wir drücken das nochmal Den ließ ich, wo er war Ein Kompressor macht keinen Spaß Es war der Kompressor zum Antrieb des Presslufthammers Oh, schade, ich dachte, wir könnten vielleicht mit dem reden Vielleicht hätte er sich an uns erinnert Vielleicht ist es ja eigentlich dasselbe Aber haben wir leider nicht mehr den Synchronstimmer Ab doch mal jetzt, wo können wir mit dem reden Von hier allerdings nur Der Schnurrbart, die lässige Haltung Der Hintern, der immer aus der Hose hing Es war der Typ Es war der Typ, den ich vor Jahren bei dem ausgebombten Café kennengelernt hatte Damals kämpfte ich allerdings noch in der Jugendliga gegen Verschwörungen Hallo, wie geht's Ihnen? Ah, geht schon Hauptsache, wir kriegen nicht noch ein Erdbeben Hier bei der alten Kirche sind Sie doch wohl sicher Soll das ein Witz sein? Sehen Sie mal genauer hin Aber sie stammt aus dem Mittelalter Mittlere Bruchbude, würde ich sagen Die sollten Sie abreißen und hier was Modernes hinstellen Wirklich? Irgendwas Hübsches aus Beton und Stahl Massiv und erdbebensicher Glauben Sie, es kommen noch mehr Erdstöße? Und ob? Sehen Sie sich den Schutt an Das Ding ist ne Todesfalle Augenblick mal Sie kommen mir sehr bekannt vor, Monsieur Ich? Das kann nicht sein Aber natürlich Sie sind der Kerl, der mir den Tipp für das Rennen gegeben hat Ach, richtig, der bin ich Das Pferd hat mir ein Vermögen gebracht Ach echt? Hat mein ganzes Leben verändert Ich bin wohl ein Naturtalent Je ne ist eine Gabe, Monsieur Eine Gabe Und wieso arbeiten Sie noch im Straßenbau? Ich hab jetzt meine eigene Firma, Monsieur Und ein Presslufthammer Statt einer Spitzhacke Ah Falls Sie nochmal so einen Tipp haben Dann lass ich es Sie wissen Nice Aber der sah mal anders aus Der hat einen viel längeren Schnurrbart Also an den Seiten Und der hat jetzt glaube ich eine Mütze auf Da kann ich mich jetzt aber sehr irren Und das verwechseln mit irgendwas anderem, was ich im Kopf hab Was machen Sie hier denn gerade? Durch die verdammten Erdbeben gibt's viel zu reparieren Da unten ist beim letzten Erdstoß alles Mögliche zu Bruch gegangen Also graben Sie ein Loch, um Zugang für das Reparaturteam zu schaffen? Genau Und je eher wir hier fertig sind, desto besser Aber jetzt würde mich doch mal interessieren, weil ich mir jetzt fast unsicher bin, ob das vielleicht doch derselbe Synchronsprecher ist Ich glaube, das muss ich mal kontrollieren Sie sagten wir Ich sehe sonst niemand arbeiten Mein Hilfsarbeiter Alphonse schnarcht im Lastwagen wie eine Kettensäge Warum hilft er Ihnen nicht? Er ist krankgeschrieben Er ist klinisch seismophobisch Das steht auf dem Attest vom Arzt Er hat Angst vor Erdbeben? Genau, Monsieur Und Sie glauben das? Ein Stück Papier kann man wohl nicht widersprechen, oder? Was macht er dann hier im LKW, wenn er krankgeschrieben ist? Verstehe ich nicht Und wie ist dieser Alphonse bei Ihnen gelandet? Durch die Quotenregelung Wir müssen jedes Jahr eine bestimmte Menge feiger Idioten anheuern Okay Das war's Es war der Straßenarbeiter, den ich vor Jahren kennengelernt hatte Na dann Können wir ja gehen Mit kaum spürbarer Nostalgie Machte ich mich auf einen erneuten, intimen Kontakt mit der Pariser Kanalisation gefasst Komm schon, du Miststück Unverständlich Genau diesen Gullideckel hatte ich früher ohne weiteres angehoben Vielleicht war ich nicht mehr in Form Hey, Monsieur Ist das zufällig mein Gullideckelschlüssel? Nein, wofür halten Sie mich? Sie tragen also immer einen mit sich um Aber ja, Sie etwa nicht? Sicher, Sie vergeuden sowieso nur Ihre Zeit Dieser Deckel wurde vor Jahren während der großen Gulli-Panik zugeschweißt Na toll, um diesen Deckel zu heben, brauchte man mehr als bloße Muskelkraft Scheiße Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen Besonders nicht, wenn er zugeschweißt war Na das ist natürlich öde jetzt Was machen wir denn da mit dem Gullideckelschlüssel? Hä? Es war der Werkzeugkasten des Straßenarbeiters Sonst wollte ich ihm nichts wegnehmen Pressluft haben wir oder was? Was machen wir überhaupt noch mit der verkackten Fernbedienung? Hm Da bin ich wieder Du kannst uns aber aufsichtlich nicht mehr helfen Wenn wir ihm ja ein Vermögen gebracht haben Er uns helfen würde oder sowas Das wäre geil Am LKW können wir leider auch nichts machen Vielleicht die Tür hier Oder so Na, vielleicht auch nicht Hört da was Ach ne Nur Motoren-Sounds Ich hatte Erfahrung mit Gullideckelschlüsseln Aber wir haben ja nicht noch einen Gullideckel, oder? Das wäre ja lustig Wenn ich ein Gullideckel gesehen hätte Ach guck mal hier drüben ist ja auch was Ah das ist ein Gerüst Vielleicht können wir da hoch Guck mal mal Sieht so aus als könnte man Oh scheiße die Olle Die Nico eindeutig erkannt hat Das ist die Mörderin Was ist das hier? Ach das sind ja diese Öffentlichen Toiletten in Paris Das haben wir ja in Baukommissbuch 5 schon Kennenlernen dürfen Eine kleine alte Frau saß neben dem Pissoir Als sei sie dort zu Hause Wahrscheinlich war sie eine Art Concierge Ja, irgend sowas Tag, wie geht's Ihnen? Ich lebe, Gott sei Dank Ich kenne das Gefühl Schöne Aussicht auf dem Place Mofonceau haben Sie hier Was ist die Aussicht wert, wenn mich das Leben nur beschwert? Hey, gehören Sie etwa zu diesen verrückten Althippie-Straßendichtern? Reden Sie keinen Unsinn, Monsieur Ich kümmere mich um ein Pissoir Ja Kennen Sie diesen Straßenarbeiter dort? Bäh, dieser Hund Andauernd kommt er angewalzt, um meine Einrichtung zu benutzen Ist Ihre, ähm, Einrichtung denn nicht dazu da? Selbstverständlich Aber dieser Genuss ist ungehörig Okay Der stöhnt wohl ein bisschen, wenn er so, äh Hat er Last, macht wohl die jetzt schon mal Wasser lässt Was meinen Sie mit Genuss? Er pfeift, er seufzt, er spuckt und er schüttelt sich Er schüttelt sich? Er schüttelt sich, schamlos Das ist bedenklich Eine Schande für das ganze Land So weit würde ich nicht gehen, ich meine, es ist nur ein Pissoir, keine Kathedrale Pah, Männer, ihr seid alle gleich Wenn ihr euch nicht gerade schüttelt, dann schaut ihr euch Fußball an, pfui Mit ihr würde ich es nicht leicht haben Die Dame brauchte eine jahrelange Therapie, aber so viel Zeit hatte ich nicht Also, was machen Sie beruflich? Ich bin Neurochirurgin Was haben Sie gedacht? Ich dachte, Sie halten dieses Pissoir sauber Südallon Sie sind schlau, Monsieur Zu schlau, um dort hinein zu gehen Und was wollen Sie damit sagen? Oh, tut mir leid Ich hielt mich besser zurück Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Morde in Frankreich von Toilettenfrauen verübt werden Liegt bestimmt an den Klosteinen Bestimmt Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit? Dies ist das sauberste und hygienischste Pissoir von ganz Frankreich Das verlangt sicher viel Hingabe Und ob Aber je mehr Sie in diesem Beruf schuften, desto mehr pinkeln die Leute auf ihre Mühen Das Gefühl kenne ich Ein Pissoir ist eine unschätzbare Hilfe, wenn man... Aber was nützt das, wenn... Sie wissen schon... Dafür müssen Sie sich eine andere Einrichtung suchen, Monsieur Wie Sie sehen, wurden die Toiletten vom Erdbeben beschädigt Und woran sieht man das? Beschädigt Ja, was ist das? Was gibt es das jetzt so? Nicht so viel Ach, können wir hier vielleicht... Hochklettern Ach, Ihr Stuhl Vielleicht Ihr Stuhl Das könnte der Stuhl sein Ich bin mir noch nicht sicher Und da können wir bestimmt nicht weitergehen, oder? Nein, ich wollte nicht hier weg, bevor ich irgendetwas gefunden hatte Wollte ich auch nicht, Quatsch Oh, wie hier dann immer noch mal 10 Jahre in die Mitte läuft So, was hat denn dieses Scheißhaus damit zu tun? Können wir hier nicht einfach hoch? Ach, hier Hier ist nix, also geht's weiter nach oben Dann springen wir hier rüber Hey! Wie, was, ich? Was machen Sie da oben? Ich genieße die Aussicht Von hier kann ich direkt in Ihr Pissoir sehen Sie perverslingen! Kommen Sie sofort runter, sonst rufe ich die Polizei Schon gut, schon gut, ich komme Okay, wir müssen hier irgendwie Ah, vielleicht geben wir hier einfach einen Hamburger oder so Das wäre zu einfacher Da bin ich wieder Gibt's hier irgendwo eine Gosse? Wie? Gosse? Ja, eine gewöhnliche Gosse am Straßenrand Ich muss schiffen, gute Frau Schiffen? Was für Schiffe, Monsieur? Mon Dieu! Sie meinen, Sie wollen in die Gosse? Warum in aller Hygienennamen wollen Sie eine Gosse benutzen? Wenn es hier ein blitzsauberes Pissoir gibt So etwas mag in der alten Welt als sauber gelten, gute Frau Aber ich möchte lieber in die Gosse schiffen Das ist unerhört Ich werde dem nachgehen Tun Sie das Ah Verpiss dich, im wahrsten Sinne Ah, wir können bestimmt irgendwas mit dem Stuhl machen Das habe ich jetzt natürlich nicht getan Oder wir müssen schnell sein Bestimmt kein Zeitding Bis jetzt habe ich mich in den letzten Folgen beider Projekte Sowohl in Castlevania als auch hier Immer vertan, wenn ich gesagt habe Ja, es geht um ein bestimmtes Zeitding Ah, ein Seil Aber für was? Ein Seil hing vom Gerüst Man weiß nie, wann man ein Seil braucht Ja, stimmt Aber ich weiß trotzdem nicht mehr, was wir jetzt brauchen Ein Seil wohl Warum wir hier nicht einfach runterspringen können, das verstehe ich allerdings nicht Wir müssen jetzt wieder hoch, außenrum Und dann runter Hey, Sie da oben! Oh, guten Tag! Ich lasse nicht zu, dass ein Spanner meine Kunden während ihres Geschäfts angafft Moment mal, ich gaffe niemanden an Wollen Sie das der Polizei erklären? Äh, lieber nicht Ich komme runter Okay Das Seil stammte vom Gerüst Ja, aber was geht denn mit dem scheiß Seil? Oh, ich glaube ich habe eine Idee Ich hatte das Seil an den Gullideckelschlüssel gebunden Ich habe da eine kleine Vermutung Ich hatte nicht genug Kraft, um den Deckel zu heben Aber ich hatte eine Idee Hey, was machen Sie da? Ich bereite nur etwas vor Es wird Ihnen gefallen Sie haben den Wagen verankert Ich stelle Ihnen eine hypothetische Frage Ihr Fahrer Alphonse, verdammt soll er sein Hat Angst vor Erdbeben, stimmt's? Was würde er tun, wenn jetzt ein Erdbeben käme? Er würde den Wagen starten und losrasen wie ein Ah Richtig, mit einem Gullideckel als Anhänger Dafür würde man ihn ewig auslachen Wäre das schlimm? Nein, genau das gefällt mir an Ihrem verrückten Plan Das denke ich mir Na dann mal los Erdbeben! 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 Was? Erdbeben? Wunderbar! Ich weiß nicht, was ich in der Versicherung melden soll, Monsieur Aber das war es wert Anscheinend war es mein Lebenszweck, Glück unter den Menschen auszusehen Doch im Moment rief die Kanalisation Na dann In der nächsten Folge geht es in die In die Katalisation, meine Freunde Und ich hoffe, da seid ihr schon gespannt wie in der Armbrust drauf Ich auf jeden Fall bin es Ich bin gespannt, ob es genau so aussieht, wie wir das in Erinnerung haben Aber wir gehen ja von unten an die Sache ran Ich erspare mir jetzt weitere Anzügliche Kommentare diesbezüglich Ähm Und ja, da würde ich mich hier immer über die Kommentare eurerseits freuen Und wenn in der nächsten Folge von Baphomets Ploch 3 Der schlafende Drache wieder mit dabei seid Ich bin Verity Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Bis dann Bye, bye Und Tschüss 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 Die Die